Servus Leute und willkommen zu meinem Wort oder eher gesagt Wörther zum Sonntag mit dem Uploadplan der Kalenderwoche 27. Wie bereits in der vergangenen Woche eingeführt, werde ich diese Struktur des Uploadplans beibehalten. Also das heißt, alle drei laufenden Let's Plays bekommen drei Folgen spendiert und besonders blindes Blacklist on Watch Dogs werden einem guten Zusammenhang für euch veröffentlicht, sodass relativ wenig Lücken in der Story entstehen. Und was ich euch auch noch mitteilen kann, ich bin aktuell in der Aufnahmephase, also auf Materialsammlung von meiner nächsten Ausgabe zu Minion Hotspots, meinem Guide zu Battlefield 4, soviel dazu. Außerdem wird es nächste Woche ein Special geben, hmm, wird es am Montag sein oder vielleicht eher zur Wochenmitte oder vielleicht doch zum Wochenende? Ein Abo dalassen, dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht das Special, aber ne, ich verrate es euch nicht, was es sein wird, also seid einfach gespannt. Und das war auch schon mein Wort zum Sonntag, jetzt schaut einfach nächste Woche regelmäßig beim Kanal vorbei, lasst mir vor allen Dingen auch Kommentare da und habt eine schöne Woche. In diesem Sinne, keep watching und das auf 96!